ja moin moin und viele grüße von der kanarischen insel la palma ich möchte jetzt einmal ein panorama aufnehmen und glücklicherweise sind hier mittlerweile aus der kadera heraus einige wolken reingezogen so dass das bild nicht mehr ganz so schön ist aber ich nehme es trotzdem einfach mal so auf auf der rechten seite habe ich den mdk pentilt schon vorbereitet in verbindung mit dem prototypen des mdk controllers den sieht man hier auf der rechten seite habe ich dort einfach mit klettband befestigt ist jetzt erstmal so das praktikabelste und jetzt gehe ich mal rüber zur app programmiert habe ich die bewegung eigentlich schon aber ich zeige mal kurz wie man das aus der app heraus zum beispiel starten kann zu der app sei gesagt das ist momentan noch absoluter prototyp mehr zum testen die wird so nicht final aussehen hier geht es jetzt erstmal nur darum die verschiedenen funktionen ausprobieren zu können so ich habe die app schon mal gestartet das gerne erstmal nach geräten mdk pentilt den nehme ich die verbindung auf aktiviere den panorama modus wie gesagt start und endposition sowie den bildwinkel habe ich schon eingestellt das kann ich einfach auf start drücken und dann beginnt der kopf die aufnahme im hintergrund schon gehört die kamera hat das erste mal ausgelöst an der startposition und jetzt fährt der kopf spalte für spalte und seile für zeile das bild ab bei dem aufbau von der pentilt einheit jetzt nicht wundern lassen dass ich hier unten noch diesen kugelkopf zwischen habe das musste ich hier aus der not heraus geboren mit den sachen die ich vor ort hatte so machen um platz für den nodalpunkt adapter zu kriegen denn wenn ich die kamera nach hinten schiebe um in den nodalpunkt zu kommen reicht sonst unten herum der platz nicht mehr aus dass die kamera herum schwenken kann mit der standard konfiguration des mdk v5 pentilt ist im regelfall für zeitraffer aufnahmen ja auch gewünscht um da die baugröße gerade auf dem slider dann möglichst möglichst niedrig zu halten hier in dem fall wenn ich die kamera im hochformat in den nodalpunkt bringe reicht der platz nicht für zeitraffer aufnahmen ist das wie gesagt egal wir jetzt um panorama aufnahmen zu machen braucht man da also eben noch ein abstandshalter um die kamera etwas nach oben zu bringen der kopf ist jetzt eigentlich viel zu hoch aber ich hatte halt nichts passendes da gut das so viel dazu denke mal das prinzip ist klar das kennt man eh und das funktioniert jetzt wie gesagt auch mit dem mdk pentilt mit mdk controller viele küse tschööö